1 Minute 1 Minute Leute Dann ist Silvester Verstößt Jo Leute und was geht auf so nem Video und was ging die Woche? Willkommen an Silvester Jo Leute was geht? Wir sind an Silvester unterwegs Schon in der Dämmerung, aber wir zünden ihn rein Ein richtig geiles Raketen Wir sind jetzt grad nochmal ganz schnell zu Hause Wir haben nämlich das ganze Feuerwerk eingeladen Denn jetzt gehts wirklich nach Berlin So Leute, jetzt kurz vor Berlin Man sieht schon die ersten Batterien da hinten Hadesatzbesorger die ergreifen Wir tun jetzt Exploit-Bom-Hore Leute Besser als wenn wir einfach S cui, jetzt sehen wir So dunkel nicht Aber es ist auf jeden Fall Schon ziemlich stämmerig Wir zünden jetzt den PAS 2000 von hinten direkt aus der Hand. Man kennt ihn. Boah, der brennt immer noch. Kontinuierlich. Boah, gönnt euch die Rauchschwaden. Was ein schönes Teil, oder? Hier, du trittst ihn jetzt weg. Das hätte so gut gepasst. Einfach wegkicken. Nee, man, extrem gutes Teil. Ich, nice. So, Leute. Wir sind jetzt gerade noch mal ganz schnell zu Hause. Wir haben nämlich das ganze Feuerwerk eingeladen. Und jetzt machen wir uns auf den Weg nach Berlin. Nach der Feuerwehr. Das ist hier neben meiner Seite. Oh, mein Gott. Ich bin da richtig heiß. Genau, Leute. Also, wir sind wegen uns nach Berlin in die Hauptstadt. Und werden da unser Silvester richtig feiert. Und die letzten Impressionen hier auf der Dirtlein. Komm mal. Nein, es startet mal. Ja, also, wir sehen uns. So, Leute. Jetzt kurz vor Berlin. Man sieht schon die ersten Batterien da hinten. Ha, das hat sich so lange wieder greift. Ja. Oh, nice. Wir zünden jetzt Explode-Bombrohre, Leute. Jawoll. Jawoll, Alter. Schön umgekippt. Anton, Funke. Du bist ein Feuerwerker und 20 Stunden und Sekunden. Du kannst es kaum erwarten, gehst feiern und bist getrunken. Während andere noch suchen, drehen wie unsere Runden. Habt das ganze Jahr Zeit und meine Sachen schon gefunden. Der Stress mit den Nachbarn lässt sich sehr schnell bereinigen. Spätestens, wenn wir sich am Feuerwerk befeinigen. Wir sind keine Heiligen. Nein, ganz gewiss nicht. Silvester ohne Feuerwerk. Alter, das gibt's nicht. Der Stock da vom Wägen. Super edel. Danach kommen die edlen Batterien von PyroWrap. Der Stock da vom Wägen. So Leute, das war's jetzt auch von dieser Location. Wir packen jetzt die letzten Batterien weg, damit kein Auto mehr stört. Immer schön an die Seite packen. Oder in Müll, ganz vorbildlich. Ja, aber da wir in Berlin die BSR haben, die das wegpacken und diese auch immer wieder auffordern, dass wir das auf den Straßen an die Seiten packen, machen wir das vorbildmäßig. Da haben wir unseren Lehrauftrag erfüllt heute. Wurscht, Leute, wir fahren jetzt los. Jetzt beginnt die richtige Eskalation. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.